Nach der Ankündigung der Behörden, die tägliche Ausgabe von Reisedokumenten deutlich zu erhöhen, ist es in der afghanischen Stadt Herat zu einem Menschenauflauf gekommen. Tausende versuchten, ihre Papiere zu erhalten. Die Taliban gaben Warnschüsse in die Luft ab, um die Menge auseinanderzutreiben. Bislang wurden vor Ort täglich rund 150 Menschen ihre Reisepässe ausgehändigt. Es war eine Erhöhung dieser Anzahl auf bis zu mehr als 1.000 vermeldet worden.